Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten, checkt gerne meinen Sponsor IG-Fold aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGAMING 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis-Autogramm-Karten gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 20 11-Meter-Schießen, Leute. Heute Inter Mailand gegen Juventus Turin oder auch Pier Monte Calcio. Denn heute Abend findet das Ganze statt, Leute. In der Serie A der Erste gegen den Zweiten. Ich weiß gar nicht, ob Juve Zweiter ist. Aber auf jeden Fall ist Inter der Erste. Ich glaube, Juve Zweiter. Inter hat bislang jedes Spiel gewonnen. Also, schauen wir mal, wie das Ganze laufen wird. Schreibt gerne eure Tipps in den Kommentaren. Was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Inter, Hashtag Juve ab in die Kommentare. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glock aktivieren, täglich einschalten. Eine Milliarde Likes mit mal voll machen. Und falls ihr nicht abonniert habt, wie gesagt, kostenlos abonnieren, Glock aktivieren und so weiter und so fort. Außerdem will man noch den Shop auschecken. Nice Designs in schwarzem Weiß als T-Shirts. Gibt es in Orange, gibt es in Blau, in Rot und in Grün. Das neue Nice Design für Knarre weg. Hier gibt es auch, wie immer, in den vier Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice in den Namparen am Start. Und die Handy-Ulen gibt es auch in Orange. Blau, Rot und Grün in den vier Farben. Außerdem gratis Autogramm-Karrippen. Gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Es wird natürlich auch, wie heute, wieder die Software-Bestrafung geben, Leute. Ja, kennt ihr. Ihr wisst es, mit der Software. Aber wir machen es wie immer. Wenn wieder einer von uns beiden nicht treffen sollte, also ein Elfer gar nicht treffen sollte, das wäre wahrscheinlich, wenn überhaupt ich sein, weil ihr wisst es, ich bin komplett schlecht in Elfer-Schießen. Ich glaube, ich habe noch keine Elfer-Schießen bislang gewonnen, oder? Oder das erste, ich weiß nicht. Dann gibt es hier die extreme Software-Bestrafung. Das heißt, für jeden verschossenen Schuss, wenn jemand nicht trifft. Sonst gibt es ganz normal die Differenz, ja. Genau, so sieht es eigentlich aus. Dann wollen wir nochmal gucken, wer hier die besseren Elfer-Bestrafung. 70 und 88 Abschluss. Du hast auf jeden Fall die viel, viel besseren Freistoß-Elfmeter-Werte als ich. Heißt aber nichts. Heißt gar nichts. Ich glaube, ich packe den hier in Schabosevic. Er hat auch 82 Abschluss. Sanchez ist hier. Dritter. Sanchez hat uns. Nee, die besten Werte hat Lukaku, aber ist okay. Meine Werte gehen in Ordnung. Ohne Scheiß, bin zufrieden. Ich glaube, den tausche ich noch für den. Ansonst. Vielleicht gehen wir zurück nochmal, B. Dein Torwart hat 18 Elfmeter, Alter. Läuft bei dir. 18 und 12. Okay, wann hast du Ronaldo als zweiten Schützen, Alter? Guck mir, scheiß, Alter. Guck nicht. Ich muss ein bisschen... Probeck gucken. Bissle gucken, bissle Druck aus. Okay, ab geht's. Mein erster Schütze ist Lukaku. Fange ich an? Oh, ich fange mir noch an. Bissle schwummrig, scheiß, Alter. Ich bin die ganze Mülligen mit Zielfoto ohne. Ich mache mal eine erste Runde Zielhilfe, Leute. Ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber... Ey, egal. Guck mal, Inter, Warten, Inter, Flagge schon im Hintergrund, Alter. Das kann auch pushen hier. Let's go, Alter. Lukaku, komm. Oh, Junge, der war aber gut, Mann. Man, der war nice, ey. Ich habe erst nach rechts gezielt, das haben Sie gesehen. Ja, ja. Aber ich dachte, weil du dann wieder nach links ziehen willst, musst du schießt da wieder in die Mitte, weil du nicht rechts überkommst. Ja, ich habe extra mehr nach links gezielt diesmal. Ein bisschen früher, aber der war schon nicht, der war nicht schlecht. Aber ich dachte, den Tor, den guck mal, die waren das Ausdauer. Junge, der stirbt gleich beim Anlauf, ey. Fällt erstmal hin, sonst. Na, ich wusste es, weil wir nach rechts geguckt haben. Sensi, jetzt habe ich wieder Sensi am Start. Ich mache mal eine Zielhilfe. Ich habe schon mal Elber getroffen, also ich glaube, ich habe seit... Ja, ich glaube, Inter hat mehr Spirit bei dir. Ich glaube, ich habe noch nie den ersten Elber getroffen, das ist eine Neuheit, Leute. Ey, das ist eine Neuheit, okay. Komm, Sensi. Du hast Chesney mit dem Tor, der Typ soll drei Meter groß gefühlt, aber mein Handeln will ich auch. Ja. Ach, Chesney, Alter. Knappes Ding, ey. Der war eigentlich gut gezielt, wenn man ehrlich ist. Aber der kam in zwei kmh, ey. Weil ich nicht getraut, Dollar zu drücken, ey. Okay, jetzt könntest du vielleicht noch die extreme Softwarebestrafung heute bekommen. Du hast auch keinen getroffen, also das könnte passieren hier. Das wäre das erste Mal, ey. Komm. Ja, nein. Danke, Ronaldo. Ohne Witz, danke, Ronaldo. Oh, scheiße. Junge, der war close. Ich war noch dran mit der Hand, ne? Der hat drüber geboxt, ne? Nee, nee, mein Controller hat liberiert, dann muss der eigentlich noch dran gewesen sein, ey. Vielleicht, weil der einfach hingefallen ist, dass sich wehgetan hat. Schade, dass beim Elber schließen nicht eine Wiederholung kommt, das ist eigentlich nice, ey. Sanchez mit seinen Sonic-Hahn an. Okay, Alter, Sanchez sieht echt ein bisschen komisch aus, auch mit seinem Trikot in der Hose. Sieht so aus wie so ein elfjähriger Trikot. Schön in der Hose, was nicht. Ordnungsgerecht. Ich kenne keinen, den Trikot in der Hose hat beim Fußball noch, außer Sanchez. Okay. Ball drüber. Hör mal auf, mich so nervös zu machen hier. Nein! Nein! Du hast mich so nervös gemacht mit deinem scheiß Torwart. Der hat mich die ganze Zeit nervös gemacht, ey. Ist mir schwummerig, halt. Der hat mich... Guck mal, kostet ja gar keinen Ausdauer, wir sind dann los. Junge, der hat mich nervös gemacht, ey. Was soll die Scheiße? Hör auf, ey. Ey, warum ziehen wir nochmal 30 Meter drüber? Ich hab doch gar nicht so lange gewartet. Komm. Ey, Mann, der hat doch komplett nach rechts geguckt. Ich weiß nicht, warum du nicht nach rechts gesprungen bist. Ich bin nach rechts gesprungen, aber ich bin ein Stück nach links gegangen, deswegen ist er nicht ganz so weit nach rechts gesprungen. Ey, was soll denn das? Wie viel Glück hast du denn, Alter? Das ist können gewesen. Ich wusste doch, dass du nach da zählst. So, jetzt müssen wir ein bisschen früher schießen hier. Okay. Varela. Nein. Oh, Mann, Alter. Ich hab nach rechts gezielt. Ich komm auf diese Elber noch nicht klar, ne? Alter, das sind wirklich ohne Scheiß, das sind die schwerste Elber, die es jemals gab in FIFA. Ich hab noch nie so schwere Elber irgendwie gehabt. Also, find ich jetzt. Nein, nein, steh doch auf! Schön verarscht, ne? Mann, Handanutsch, hier kam mit 3 Kamayu, ich wär's nur aufstehen können, ey. Was ist denn das denn gerade? Scheiß mal jetzt selber, ich muss treffen, Leute. Du wirst am Arsch. Ich komm jetzt. Ich muss treffen, Alter. Mein Controller ist aus. Scheiße. Nein. Nein, nein, drück Start. Warum ist dein Controller aus? Weiß ich selber nicht. Wir können jetzt nichts machen, oder? Doch. Nö. Einstellung, geh Einstellung. Da, da, jetzt hast du Glück. Boah, ey. Warum macht mein Controller aus? Du hast Kabel kurz ausgezogen. Na, keine Ahnung, Wackelkontakt. Das sind wieder diese Tricks, mit denen der spielt. Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Schön paar Tricks. Das sind wieder diese Tricks, mit diesen kleinen Geisten. Du hast mehr Zeit, um deinen Elber zu schießen, das ist auch viel besser für dich. Ja, jetzt lass mich überlegen, wo ich hinschieße, Alter. Ey! Ey! Ich schwöre, das war kein Trick. Jetzt mal ohne Witz. Ich konnte nichts machen. Der ist gerade wirklich rausgegangen, weil dein scheiß Kabel hier wieder gehangen hat. Und irgendwie... Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Das ist so ein Slicky-Typ, ne? Ey! Nein, 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 nein. Das kannst du jetzt nicht anhängen. Wirklich nicht. Dieses scheiß Kabel ist echt rausgegangen. Warum ist der denn schon angelaufen? Ich weiß ja selber nicht. Zählt der die Zeit? Vielleicht hast du... Vielleicht wolltest du B rausdrücken. Aus dem Menü, aber ich hab B rausgedrückt. Und dann hat der den als Schuss angenommen. Das kann, glaub ich, echt sein. Ey! Nein! Ey, ich hab da mal ne Finger. Nicht im Spiel. Leute. Ich hab nur aus Versehen des Kabels aus dem rausgegangen, ja? Ey, ich hab da... Soll mir ein Rematch machen? Ein Rematch. Dafür müsste der eigentlich auch einen Schuss bekommen, Alter. Was soll denn das? Dafür kriegst du auch einen Schuss, ey. Was soll denn das? Ich hab doch nicht mal was gemacht. Ey, ey, das ist ehrenlos jetzt. Das ist echt ehrenlos. Ich hab nicht mal was gemacht. Ist egal. Wir machen erstmal... Wie viel Schüsse hab ich verschossen? Ich kriegst nur einen Schuss. Ein Schuss zu lang, weil ich... Ich hab mir überlegt, Leute... Ich hab mir gerade so auch überlegt... Das Ding ist, man gewinnt dann immer 2-1. Und dann bei einem Treffer, dann gibt's immer nur einen Schuss. Wir machen jetzt wieder die Verschossenen. Das ist sonst zu langweilig. Ich hab 4-11er verschossen. Ja, wir machen aber 3. Den letzten zählen wir nicht als verschossen. Ja, den letzten kriegst du, weil du einen Cheat gemacht hast. Was soll denn das? Ich hab doch nicht gecheatet. Na komm, Oiga, mach... Erenlos. Mach 4 Schüsse. Das ist ehrenlos. Dafür hast du den reinbekommen, ey. Wo willst du denn 4 Schüsse? Ähm... 3 machen wir. Ja, dann... Keine Ahnung. Schulter, Schulter oder was willst du? Komm, machen wir heute mal entspannt auf Arm. Sollen wir Arme machen? Okay, Arme haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Aber aus nächster Nähe oder... Na, geh mal weg ein bisschen. Ja, mach so. Ich muss ein bisschen erzielen. Du triffst bestimmt meinen Arm nicht mehr. Warte, willst du ja aber nicht nur alle einen rechten haben? Ah, warte, ich muss Facecam mal groß machen. Fast verräschen, Leute. Nein, wir machen dann ein Dings. Ähm... Ich glaub, ich mach... Ja, mach doch. Links, rechts und dann einmal Arsch oder so. Mach. Ah! Oh! Juhi, ich hab gar nicht mehr Arme in den Händen. Das ist so schmerzt. Wir haben das früher immer aus nächster Nähe gemacht. Das war eigentlich voll dumm. Warum haben wir das immer so aus so einer Nähe gemacht? Arm schmerzt, aber ehrlich, übertrieben. Uhu! Also diese Kugel... Guck mal, Leute, diese Kugel... Die schießt auch eigentlich echt relativ schnell. Aber die stoppt sofort ab. Ich schwör's euch. Das kann niemals so viel früher, ey. Doch, das tat immer so, ey. Na echt? Ja, ich... Das tut übertrieben, ey. Wo willst du denn jetzt? Keine Ahnung. Sollen Fuß... Ah, Fuß ist eklass, ne. Komm, mach nochmal Arme. Mach nochmal Arme. Mach recht Arme. Uhu! Ich hab das gar nicht mehr so in Erinnerung. Das Ding ist hingeführt. Boah, dass das so hart war. Ey, ohne Witz. Junge, das blutet halt, weil da guckt's euch an. Okay, bluten tut's nicht. Man muss nicht übertreiben. Man muss nicht übertreiben, ey. Wo ist der andere Punkt? Hier, glaube ich. Man sieht's aber in echt ein bisschen besser. Mal gucken, was hier. Hier ist er hier hin. Ah, hier. Da, da ist er hin. Ah, gut. Fettensache. Hier, da sieht man den Punkt noch hier. Und da, ey. Tut ein bisschen weh, aber geht. Aber links. Jetzt kann ich mir so eine Erinnerung. Leute, das war's. Von diesen Elfmeterschießen. Ich bin gespannt, wie es heute Abend ausgehen wird. Und dann schauen wir mal. Ich glaub, beim letzten Mal hatten wir auch recht, ne? Da hat Bayern gegen Tottenham gewonnen. Ja. Da hatten wir recht. Da hatten wir recht, Leute. Vielleicht gewinnt Juho jetzt auch. Mal gucken, Leute. Das war's. Lasst gern ein Like, da ist gern ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könntet ihr mal gerne kostenlos abonnieren. Checkt euch den Shop aus. Wie gesagt, wir werden's ab sofort so machen, dass wir immer die verschossenen Elfer machen. Sonst haben wir immer nur eins. Man gewinnt ja den meisten Elferschießen mit einem Trefferabstand. Das ist dann auch ein bisschen anweilig, ehrlich gesagt. Beim nächsten Mal darf der Kollege niemals Start drücken. Wer Start drückt, kriegt direkt einen Schuss ab sofort. Auch wenn das Kabel rausgeht. Zufälligenweise. Das war echt so. Weil dein, guck mal. Ich spiel die ganze Zeit so. Und sein Kabel hängt die ganze Zeit so über meinem Scheiß-Controller. Egal, egal, egal. Das ist eine neue Regel, Leute. Wenn das Kabel rausgeht, ob man selber schuld ist oder nicht, Pech gehabt dann. Kriegt man einen Schuss automatisch. Nächstes Mal geht das Kabel jetzt zweimal hoch. Sonst irritiert man den Arn. Leute, checkt euch den Shop aus, wenn ihr Bock habt. Nice, die seien es in schwarze, weiße, C-Shorts, Kulva. Gibt es in orange, gibt es in blau, gibt es in rot, gibt es in grün, in den vier Kamouflage. Und das neue Design hier gibt es auch in den vier Farben, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Die nice LED-Lampe, wo wir noch am Start. Handyhüllen haben wir auch noch in orange, blau, rot und green. So sieht es aus. Und gratis Autogrammkarte gibt es zu jeder Bestellung dazu. Also wer Lust hat, kann es gerne abchecken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Am besten schaltet ihr die Welt täglich ein. Macht's gut. Bis morgen, bis heute, Abend, wann auch immer, wann ihr auch wieder schaut. Macht's gut und ciao. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.